Oh, zu spät, immer wieder das Handy aus, na super. Ich glaub's ja wohl nicht, aber... Oh Gott, ich erschieße mich. Oh, hör zu, ich war gerade auf dem Weg, die... Hey, hey, hey! Wenn deine Ausrede das Wort Martin enthält, dann schmeiß ich dir dieses Buch an den Kopf. Und das ist Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Also pass auf, was du sagst, ja? Ähm, ja, also, ähm... Diese Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat den Zweifelsfall erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Mhm. Aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da können wir ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du so Witze? Wer hängt denn freiwillig um 9 Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Und vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018